Hallo, ich heiße Randall Schneider und habe hier in Kreglingen Demeter-Betrieb und eine meiner Kulturen, neben Obst und Kräuter, sind die Rosen. Ich habe hier 1500 Rosenstöcke stehen und aus den Blüten, die im Juni frühmorgens geerntet werden, werden meine Rosenköstlichkeiten gemacht. Ja, so wie die Weinbauern ihre Weinstöcke schneiden müssen, damit es im nächsten Jahr wieder Wein gibt, muss ich meine Rosensträucher schneiden, jetzt um die Zeit im frühen Frühjahr, um einfach die Blütenqualität und die Blütenmenge zu optimieren. Wir haben in der Region sehr viele interessante und gute Bioprodukte und die Wertschätzung und die Wertschöpfung für diese Produkte kann einfach durch die Siegel und durch die Biomusterregion selber nur gewinnen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020